Hi alle zusammen, habt ihr eine Idee? Wir brauchen ein neues Video. Mann, jetzt kommt schon. So tun könnt ihr auch wieder nicht sein, dass ihr einfach keine Idee habt für ein neues Video. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Wir bräuchten Glugheit. Und wo ist Glugheit? Ja, wie soll ich es sagen? Was willst du sagen, Auge? Wir hatten und haben weder einen Namen Glugheit und einen Namen Schlauheit. Äh, nein, Kloßchen. Vielleicht wissen. Ja, den haben wir. Und wo ist der Ohr? Ich hole ihn. Ja, hallo. Okay, wir brauchen ein neues Video. Hast du eine Idee? Ich habe nur Wissen gespeichert. Aber Ideen herausfinden kann ich nicht. Also, was weißt du? Ähm, Bier ist ungesund, aber lecker. Beim Gehen die Füße abwechselnd nach vorne strecken. Habe ich Bier gehört? Ja, Popatit. Das hast du. Und wo? Nirgends. Wir müssen einkaufen gehen. Ja, tun wir das. Wissen, los, einkaufen gehen. Du hast vergessen, dass wir keinen Führerschein haben. Wo ist der? 380 auf der 30er-Zone ist zu viel. Und da bist du schuld, Popatit. Außer hätten wir kein Geld für Bier. Warum nicht? Weil wir nicht jetzt arbeiten. Und warum tun wir das nicht? Weil wir nichts wissen. Und warum gehen wir da nichts in die Schule? Ähm, darf ich darauf hinweisen, dass wir gerade in der Schule sitzen? Also, wir sind in der Schule. Hey, Auge, Ohr! Aufpassen! Hand, Rollstifte und Hefte raus. Habt verstanden. Ich werde schauen, was ich sehen kann. Ich bräuchte eine zweite Hand. Wo ist die? Im Gips. Warum? Ich brauch jede Hand. Hand 2 hat versucht, einen lieben Haifisch zu streicheln. Weil Auge mit einem Fidget Spinner gespielt hat und gemeint hat, das wäre ein Kätzchen. Sorry. Ich dachte, na, sie hat eine Kassenallergie. Und meldet sich. Ey, ich habe eine Spinat, Hausarbeit, Schul und Obstallergie. Aber Kätzchen, schon so süß. Auge, siehst du vielleicht was? Ja. Mit einem Fidget Spinner. Schau raus! Ja, ich sehe eine hässliche Frau, die schreit. Und da sagt sie, darf ich nochmal anmerken, wer für Hören zuständig ist? Ich glaube, du. Schalt die Musik aus und hör zu. Äh, sie sagt, äh, sie fragt, ob wir die Hausaufgabe gemacht haben. Nein, wir mussten direkt schon auf Zellner spielen. Sorry. Mund sagt, nein. Nein. Was sagt sie? Oh, sie sagt, wir sollen nun aus der Tafor rechnen. Mathematik, komm her. Löse die Rechnung. Oh, 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 oh. Also. Klammer auf. Die Wurzel aus 64 mal 3. Klammer zu. Dividiert durch 6 plus 6 ist. Die Rechnung kennen wir, aber was ist die Lösung? Ähm. Oh, wie soll ich denn? 68 mal 3. 24 plus 6 ist 4 plus 6. Ist dann die Wurzel aus 225 minus Klammer auf 50 durch die Wurzel. Auch geht das irgendwie vereinfacht. Ähm. Das wäre dann... Zell. Okay. Und was sagt sie? Sie verlässt die Klasse. Ich glaube, die Schule ist aus. Beine, wir gehen heim. Ich heiße Fuß, beziehungsweise mein Bruder, der gerade nicht da ist. Deshalb heißen wir Füße, nicht Beine. Tut mir leid, wenn sich der Dexter dieses Dexteres verschrieben hat und zu faul war, es auszubessern. Tut mir wirklich leid. Wir gehen ja schon. Ich meine, dass wir alle heimgehen. Ich meine, wir alle mit dem Körper gehen heim. Und außerdem brauchen wir jetzt endlich einmal ein neues Video. Musikverstand. Du schreibst irgendeine Musik für irgendwas. Und Lyric. Du schreibst einfach irgendeinen Text. Wir sehen uns dann in einer halben Stunde. Okay, Musikverstand. Was hast du für Musik parat? Nice, Musik. Das ist doch totaler Müll. Lyric. Lyric, hast du wenigstens irgendwas Gescheites geschrieben? Natürlich. Wie geht es dir? Willst du ein Bier? Ja. Die Biene macht so. Hier steht ein Haus. Das reimt sich doch überhaupt nicht. Also ehrlich. Finde du mal einen Reim. Auf die Biene macht so. Du bist dumm. Also ehrlich. Sowas lasse ich mir nicht bitten. Also jetzt nur mir zuliebe. Bitte lassen wir Musik sein. Okay? Ich hätte gesagt, wir lassen das ganze Video und holen wir. Ich spiele mit dem Fidget Spinner. Ich gehe zum Ohrnast. Ich gehe da mal. Das will ich sehen. Das ist doch totaler Müll. Lyric, hast du wenigstens irgendwas? Ich hoffe, dass das ausfährt. Bibi. Ab jetzt. Das ist doch totaler Müll. Ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt, ab jetzt. Das ist doch totaler Müll. Musik, äh, ab jetzt. Das ist doch totaler Müll. Lyric, hast du wenigstens irgendwas Gescheites geschrieben? Ja. Musik, äh, ab jetzt. Musik, äh, ab jetzt.